Ich wurde es leid, meine Zukunft zu diskutieren, fing an, meine Freunde zu ignorieren und mich von Familie zu distanzieren und dann passiert's. Ich explodier, renn zu dir, so weit wie meine Beine mich tragen auf mein Weg und Licht in allen Farben angeht. Ey, alles war schön und nichts hat wehgetan. Ja, hallo, ich bin Pina Atalay, ich bin Nachrichtenfrau bei RTL und habe mit ganz viel Politik zu tun und jetzt habe ich mit einem alten Kumpel zu tun. Hallo Pina, wir kennen uns ja noch aus der alten Heimat. Ja, aus der kleinen alten Heimat, da waren wir gefühlt so groß. Na gut, ein bisschen älter schon, aber Wahnsinn, es ist so lange her. Also man merkt ja dann erst, wie alt man geworden ist, wenn man dann so Leute von früher wieder trifft. Man merkt entweder da, wie alt man geworden ist oder ich habe jetzt neulich auch eine Einladung zur silbernen Konfirmation bekommen und auch so das zig zehnjährige Nachtreffen vom Abitur. Ah ja. Da habe ich auch gedacht so, oder wenn man so Twitter aufmacht und da steht dann so Jurassic Park, heute vor 46 Jahren. Erstausstrahlung, ich war dabei, ich war dabei. Ja, aber du hast dich nicht viel verändert, finde ich. Habe ich ja eben schon gesagt, das sage ich jetzt nicht nur, weil die Kamera an ist, ich habe es eben schon gesagt, dass er immer noch so jung aussieht. Ich empfinde das natürlich nicht so, aber ich finde, der Zerfall ist sicher, aber... Aber es hat ja auch was Schönes, dass man irgendwie weiterkommt. Und ich habe wirklich, ich habe jetzt dein Album gehört und dachte, was total toll ist, was echt ziemlich cool ist, wie alle Alben, die habe ich natürlich alle auch. Und fand das einfach so cool, den Moment extratal zu hören, weil ich glaube, dass die Menschen im Extratal niemals damit gerechnet hätten, dass das Extratal mal millionenfach gehört wird, oder? Nee, ich glaube, die Menschen im Extratal nicht. Ich stehe nicht mal auf der Extrataler-Wikipedia-Seite. Echt nicht? Das ist eine Riesenschweinerei. Stehe ich da? Auch nicht bestimmt. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Echt? Habe ich noch nie geguckt? Ich bin notorischer. Leute, Leute, Wikipedia, Extratal, hier. Ich muss auch sagen, ich finde, das ist so eine ganz seltsame Dynamik, so zu der Zeit, wo wir uns auch öfter gesehen haben, ähnlicher Freundeskreis, viel überschnitten. Da war ja immer so der Drang, rauszukommen. Und immer so weit wie weg, so weit möglich weg vom Dorf oder vom flachen Land, wie nur Menschen möglich. Und bin dann irgendwie so mit 19 nach dem Zivildienst bin ich dann irgendwie nach Bielefeld. Und das war für mich wie nach New York ziehen. Großstadt. Bielefeld war für mich die größte Stadt der Welt von Bösingfeld. Hart? 7.000, 8.000? Nee, noch nicht mal. Bösingfeld hat 3.900 Pazzerquetschte. So. Pazzerquetschte. Die größten Frau kennt genau die Zahlen, ja. Und so. Dann wurde das irgendwann dann auch zu klein. Dann bin ich so nach Berlin. Und dann war das für mich, das hat mich auch erschlagen, die ersten Wochen auf, dass ich dann eher so die ersten Wochen so in meiner ersten Wohnung gesessen habe und mich nicht rausgetraut habe, weil es so groß war und mich so überfordert hat. Und jetzt, wo man so, ich steuere dieses Jahr ja auf die große Vier zu, das ist der Muggleschwert. Ich bin 43, man überlebt's. Glaub mir. Nein, 26 bist du. Ja, ich sehe so aus, ich weiß. Vielen Dank. Und, aber jetzt so in den letzten Jahren hat sich das dann irgendwie, hat sich das irgendwie so 180 Grad gewendet, so. Dass ich dann jetzt doch, wenn ich nach Bösingfeld komme, dann habe ich so ein, so ein Zuhausegefühl. Wenn ich nach Bielefeld komme, habe ich so ein ganz, ganz, ganz dolles Zuhausegefühl, so, ne? So wie der TSU-Hlmann so schön gesungen hat, so, zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Ja, ja, ja. Irgendwie merke ich doch, wie das wirklich stimmt, so. Dass ich immer, ich bin raus mit Paufen, Trompeten und Fanfaren und ich komme hier nie wieder hin und das ist mir alles zu eng und das ist mir alles zu klein und ich will das erleben und das machen und dann meiner Wege gegangen und vieles erlebt und jetzt ist man dann schon so ein bisschen, dann ist man wieder in Bösingfeld. Dann ist man so, oh, hier ist aber schön ruhig. Schön Kaffee und Kuchen da in einem kleinen Kaffee bestellen, ne? So Törtchen. Ja, aber ich habe das auch. Ich habe das auch. Also ich habe aber schon immer dieses Heimatgefühl, dieses Zuhausegefühl hatte ich immer, wenn ich zurückgekommen bin. Ich war aber auch immer froh, wenn es wieder dann in die Stadt zurückging sozusagen, ne? Ich bin ja auch über so verschiedene Wege, irgendwie Bösingfeld, Bahntrop, Detmold, Bielefeld, Münster, Hamburg, jetzt Berlin und hatte auch immer so dieses Upgrade, dieses Upgrade-Gefühl, immer mehr Menschen um mich rum und es war aber ein kleinerer Sprung. Ich meine, bei dir war es dann echt so Bösingfeld, Bielefeld, Berlin, ne? Ist so Bäm. Und ich hatte, da konnte ich mich erst mal so gewöhnen, Münster und so. Und hatte aber immer, wenn ich so die Grenze quasi, die Exzatarstraße runtergefahren bin, von Niedersachsen nach NRW rein, so in dieses Dorf, dachte ich immer so, ach. Weil man kennt alles. Ich glaube, das ist dieses Gefühl, dass man alles kennt. So, da ist man auch wieder einfach Pina oder einfach nur Ben, ne? So, das ist so Zuhause. Und ich könnte mir aber noch nicht vorstellen, jetzt komplett wieder da zu leben, weil, ja, irgendwie bin ich dann doch so in dieser Bubble hier drin. Könntest du dir das vorstellen, ja? Ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen, weil ich finde, vor allem in so einer Stadt wie Berlin hat man so eine ständige Verfügbarkeit von allem. Ich mag das ja, wenn Sachen auch einfach dann nicht mehr gehen. Dann ist halt so Mittwoch, so ab zwölf ist alles zu. Ja, oder so Sonntag, ne? Sonntag kriegt man nix. Aber in Berlin ja dann doch schon. Da kriegt überall was. Dann gibt es ja dann trotzdem noch so, in den großen Bahnhöfen hat ja dann trotzdem noch so einen Supermarkt offen und so, ne? Das ist ja auch mega. Das ist ja auch mega, dass ich mir morgens um vier überlegen kann, jetzt würde ich aber doch gerne eine Trüffelpasta essen. Und wenn ich lang genug irgendwie google, dann finde ich schon irgendeinen Laden, der morgens um vier noch eine Trüffelpasta macht. Das ist ja auch irgendwie geil. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch in der Pandemie so eine ganz lange Zeit auch diese Entschleunigung total gelassen. Weil das ganze Casper sein, das ist ja dann immer so eine Maschine, wo wenn nicht gerade ein Album gemacht wird, wird irgendwie ein großes Konzert gemacht oder Livestream oder Merch. Also es ist ja immer so, dass... Du bist in der Welt komplett gefangen, ja. Ist das vielleicht so die Sehnsucht eigentlich nach dem einfachen so Ich-Sein? Ja, ich erwische mich auch dabei, wenn man so, wenn man so... Es gibt doch immer so amerikanische Filme, wo dann so, ey, keine Ahnung, dann ist so ein Golfturnier und dann sind die so, ach, wisst ihr noch, damals vor 20 Jahren. Und dann fahren die in so ein Dorf und dann lebt dann dieser Golfer, von dem wir reden, der lebt in so einer Wellblechhütte und es ist schwer, den zu finden. Und der ist so, nein, ich mache das nicht mehr. Aber du musst erst ganz zum Team, komm zurück. Und dann kommt dieses griechische Drama auch. Und irgendwie finde ich das so toll. Es liegt aber vielleicht auch an so einer extremen Industriemüdigkeit und an so einer Berlinmüdigkeit, dass ich dann auch denke, so... Ja, ich glaube, dass es auch ein Gefühl von Sicherheit gibt. Also es ist ja schon was, man begibt sich ja in was. Also du hast dich in was begeben, ich habe mich in was begeben. Man hätte uns ja irgendwie nicht zugetraut als Jugendliche auf der Schule. Also ich glaube, wenn man unsere Lehrer gefragt hätte, war wahrscheinlich eher so, ja, also mit dem Durchschnitt wird schon irgendwie, aber mal gucken. Also ich habe jetzt, ich habe ein Buch geschrieben und habe Werner Damm interviewt, also unseren damaligen Lehrer, also Jahrgangsstufenleiter. Ja. Und habe ihn dann gefragt, hat er nicht irgendwie gedacht, oh Gott, was macht dich? Ich hatte echt einen schlechten Durchschnitt, irgendwie 3,2 oder so. Ich bin noch schlechter tatsächlich. Ey, ich habe jemanden gefunden, der schlechter ist als 3,3. Was sind 3,3? 3,5 oder 3,6. Also so gerade eben gestimmt. Ja, ja, so richtig, so Drift noch. Also wir haben ja eine Vorbildfunktion. Ich habe immer ein Problem, wenn ich dann so sage, ist egal, bei jungen Leuten, denke ich mal, gebt euch schon Mühe, ist ja schon cool, auch das Abi zu haben und man hat mehr Möglichkeiten und so. Aber ja, wir haben es da irgendwie gekriegt, das Abi. Und der sagte dann aber, dass er schon gemerkt hätte damals, dass man so einen Hang vielleicht zu politischen Themen hat, wenn man so Demos organisiert und dass man irgendwie so ein bisschen anders tickt. Und doch hätten, glaube ich, viele nicht erwartet, dass man dann, also das ist für mich jetzt auch gar kein Wert in sich, dass man bekannt ist oder so. Also es ist ja blöd, ich mache meinen Job einfach gern, so darum geht es mir und du ja auch, du machst einfach gern Musik und das ergibt sich dann dadurch, wenn man halt Erfolg hat. Aber ich habe halt das Gefühl, um auf diesen Sicherheitsaspekt zurückzukommen, das hat so dieses kleine, beschauliche, das sind verbindliche Regeln. Um 12 Uhr ist halt Mittagspause und es ist halt irgendwie immer noch der Bus, der fährt immer noch über die Haltestelle, der hält da immer noch. Und die Freunde sind die gleichen, die sind dann ja auch viele da geblieben, also die man noch kennt. Und das, finde ich, gibt so ein Security-Ding, das ist so alles safe. Und in Berlin, Großstadt, du bewegst dich irgendwie in allem Neuen und das ist nicht so deins. Ist es das irgendwie auch? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch so eine Kauzigkeit. Kauzig, so eine lippische Kauzigkeit? Ja, schon so ein bisschen. Jetzt will ich aber meine Ruhe. Stimmt. Jetzt will ich aber meine Ruhe haben. Jetzt geh mal weg. Wo kommst du weg? Wo kommst du weg? Ja. Ja, man muss sagen, die Lipper, die sind ja sehr eigen. Es gibt ja sehr viele Lipperinnen und Lipper. Jetzt komme ich mit so Besserwissen-Gedöns, die quasi bekannt geworden sind. Unser Bundespräsident Steinmeier, Ex-Kanzler Schröder. Scheinbar wusste ich nicht. Ja, Steinmeier kommt auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen von einem Hof. Ist quasi da irgendwie unter sehr einfachen Verhältnissen groß geworden. Und war der Erste in seiner Familie, der ein Abitur gemacht hat, also auch auf ein Gymnasium ging. Und dem wurde auch nicht in die Wiege gelegt. Also es kommen echt viele aus Lippe. Tommi Schmidt. Ja. Gewünschtes Haar. Grüße gehen raus. Die stehen bestimmt auch alle in Wikipedia. Wir müssen das ändern bei dir, ja? Aber es war tatsächlich so, dass es nie den Ansatz gab oder es gab auch nie den Moment, wo auch nur bei mir in der Familie oder auch so im LehrerInnen-Umfeld oder so, es gab nie den Spark, wo es dann hieß, der Benjamin, der ist ganz kunstvoll. Aha. Und der ist so, ich war ja in meiner Jugend eher so bongrauchender Skateboarder, so würde ich sagen. Und sehr faul mit Dingen. Und ich weiß noch, dass ich die Realschule schon so geht, so abgeschlossen habe und eigentlich da schon auf dem Weg, der Hype-Beruf damals war ja dann so Industriekaufmann, Industriekauffrau. Und ich weiß noch, dass ich da schon eigentlich auf so einem Bewerbungsweg war, dass ich da auch schon so Bewerbungsgespräche hatte. Und bei der Zeugnisübergabe, ich hätte eigentlich in Mathe, also da mit wehenden Fahnen untergegangen, da hätte ich eigentlich schon so fünf, minus fünf oder so gehabt, was ja dann quasi diesen Kuhvermerk ausgeschlossen hätte. Und bei der Zeugnisvergabe, ein Mathelehrer, der Herr Mohr, der nicht mal irgendwie sonderlich, wir hatten auch nicht mal so ein Verhältnis zueinander irgendwie, dass man so ein Mentorenverhältnis oder so hatte. Da habe ich mein Zeugnis aufgeklappt und ich hatte dann in Mathe eine Vier. Ah, damit du deine Punkte kriegst. Und ich hatte den Kuhvermerk. Und dann habe ich nur hochgeguckt und dann meinte er nur so, ja, weil du nämlich Abi machen gehst. Echt toll. Also irgendwas scheinbar so in mir gesehen, was ich selber nicht gesehen habe. Toll, wow. Zu Hause wäre es, glaube ich, so lieber gesehen worden, weil ich auch, war ein volles Haus, viele Geschwister, wäre es, glaube ich, so. Dass du arbeitest. Dass ich Arbeit ein bisschen Geld mit reinbringe, so. Und dann habe ich Abi gemacht. Und das habe ich schon so ein bisschen eigentlich nur gemacht. Was die anderen machen? Ach, Jugend verlängern. Da konnte ich dann so ein bisschen meine Jugend verlängern. Nicht mehr arbeiten. Dann habe ich das Abi mit so, hat man ja gerade, das habe ich so, geht so geschafft. Und dann, ah, ich will studieren, Bielefeld, was studieren. Und da musste ich natürlich irgendwas nehmen, was kein NC hatte. Also mit meinem Notdurchschnitt, Jurist oder Mediziner war einfach nicht drin. Genau, irgendeine Geisteswissenschaft. Und dann weiß ich noch, dass ich zu meinem guten Freund Alex, als der mich gefragt hat, warum studierst denn du jetzt Pädagogik? Stimmt, du hast Pädagogik. Pädagogik auf Diplom studiert. Stimmt. Und da habe ich zu dem gesagt, das mache ich nur, das mache ich so lange, bis ich berühmt bin. Und das habe ich nicht mal ernst gemeint, weil ich nicht mal ernsthaft Musik verfolgt habe. Obwohl ich mich erinnern kann auf so manchen Partys, also vielleicht zur Erklärung, weiß nicht, müssen wir erklären. Also wir sind eben im gleichen Dorf ja groß geworden und waren auch auf dem gleichen Gymnasium. Du bist ja jünger als ich dann quasi in den unteren Stufen, aber eben so gleicher Freundeskreis. Und ich kann mich aber erinnern an so manche Partys, wo dann so die Mix rausgeholt wurden und irgendwie Musik hatte. Und dann hast du dann auch mal gerappt. Und da weiß ich, dass schon der eine oder andere, weil man es halt gut fand, weil es eben gut war, gesagt, ey, vielleicht wird das mal was. Also ich hatte schon das Gefühl, das war natürlich in der Szene auch cool und Hip-Hopper werden und so. Aber hattest du das gar nicht so stark? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, wenn man das gleiche Szenario und im gleichen Freundeskreis und die gleichen Aktionen, wenn man das so ins Jetzt tun würde. YouTube und so. Ja, so Home-Recording ist ganz einfach. YouTube ist ganz einfach. Wir könnten ja theoretisch jetzt auf einem Handy wahrscheinlich einen Song produzieren und könnten den selber zum Streamen oder zum Verkauf online stellen. Aber zu dem Zeitpunkt weiß ich noch so, ja, ich mache das ganz gern. Ich glaube, ich mache das auch nicht schlecht. Aber so alleine, man musste in einem Studio aufnehmen. Die Infrastruktur gab es bei uns auf dem Land nicht. Dann musste man aber auch einen Vertrieb finden oder eine Plattenfirma. Das gab es bei uns auf dem Land nicht. Das war schon immer so, das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Aber so richtig so eine Aussicht gibt es dazu nicht. Ja, also die Hürde war schon sehr viel größer. Und ich glaube, auch wenn man heutzutage einfach sagt, naja, ich glaube, ich will Nachrichtensprecherin werden. Oder ich will in den Nachrichten oder in Politik oder in Politnachrichten arbeiten. Oder ich sage, naja, ich will gern Musiker werden. Ich glaube, das ist so, das ist nicht mehr so außerweltlich, wie es in den 90ern oder in den Nullern war. Ich weiß noch, wie damals alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und dann gesagt haben, das ist Raumtänzerei. Das war nicht so wie jetzt, wo wahrscheinlich jeder, der ZuschauerInnen irgendwie um drei Ecken irgendwen kennt, der irgendwie im Musikbereich oder Medienbereich tätig ist. Ja, du kannst dich anders präsentieren. Und deswegen finde ich ja eigentlich auch spannend, da habe ich auch jetzt eben, als ich dieses Buch schrieb, das heißt Schwimmen muss man selbst. Irgendwie da geht es halt so um meinen Weg. Und auch gerade so dieses, was du gerade angesprochen hast, dass man eigentlich in einem Haushalt groß geworden ist, wo man Geld verdienen musste. Das war bei mir ja auch immer so. Ich habe ja nicht studiert. Ich habe ja mit 18 irgendwie da gesessen und gesagt, was machst du denn jetzt? Echt? Ja, Karriereweg. Ja, beziehungsweise es war wirklich die Mischung zwischen, was will ich eigentlich machen und auch wirklich, ich muss Geld verdienen. Ich kann nicht meiner Familie sagen, so jetzt studiere ich irgendwo in London und so, das ging nicht. Und dann habe ich eine Boutique aufgemacht. Ich habe einen Klamottenladen aufgemacht mit meinen Eltern in Lemgo und habe quasi erst mal Klamotten verkauft. Stimmt. Und das war aber, das wird jetzt ganz oft belächelt. Dann habe ich ganz oft, als es dann so berichtet, als ich zu den Tagesthemen kam oder jetzt auch zu RTL gewechselt bin, so, sie hatte mal eine Boutique. Das wird so ein bisschen belächelt. Dann sage ich mal, Leute, ich war 18. Ich habe von morgens neun bis abends sieben in diesem Laden gestanden. Ich habe den Einkauf gemacht, den Verkauf, ich habe den Laden sauber gemacht. Das war ein richtiges Business, ja. Und ich war wirklich jung und alle studierten und gingen auf Partys. Und ich war irgendwie so Montag bis Tag arbeiten, ne. Und das war mir zum Beispiel total wichtig, dass ich eigenständig bin, dass ich ein bisschen Kohle verdiene. Und habe dabei auch schon gemerkt, gut, ich will irgendwie was anderes machen. Aber da musste ich jetzt daran denken, als du das sagtest, dass man eigentlich einen Weg hätte einschlagen sollen, auch aus familiären Gründen, weil man nicht Eltern hat, die irgendwie in der Lage sind, einem alles zu finanzieren. Und es wird belächelt dann? Und es wird dann aber eigentlich belächelt, ne. Weil es nicht der akademische Weg ist, klar. Ja, oder auch so eine Boutique. Oder so Industriekaufmann, ne. Also es hat sowas. Dann denke ich, ey, das ist ein ehrlicher Job. Ja, das ist ein, und ich bewundere jeden Einzelhändler, jede Einzelhändlerin, die in dieser Pandemie irgendwie da steht und wirklich die ganze Kraft in diesen Laden gesteckt hat. Und dann kommt dieser Scheiß und du hast nichts mehr, ne. Und das macht, glaube ich, das merke ich, wenn ich deine Lieder höre, dass dir das immer bewusst ist, wo du herkommst. Ja, also dir ist bewusst, aus was du kommst und wer du bist. Und mir ist es auch immer bewusst. Ich bin nicht die Elite, die Nachrichtenfrau, die von oben guckt und irgendwie nur mit Politikern telefoniert, ja. Sondern ich weiß, was das heißt, irgendwie Geld verdienen zu müssen. Und mein Freundeskreis, oder unser Freundeskreis war ja auch so, oder? Also ich habe meinen Freundeskreis damals auch so wahrgenommen. Es waren alles eigentlich relativ normale Arbeiterfamilien, sage ich mal. Genau, ja. Also auch mal so Lehrerkinder und so, klar, aber gut, auch mal Ärzte dabei, aber so ein relativ normales Niveau. Genau, also es war bei mir auf jeden Fall ja dann auch, da bin ich ja zum Studieren nach Bielefeld. Von uns zu Hause gab es nicht das Geld für die Unterstützung, war aber aus diversen, so ganz kleinen, nischigen, durch die Gitter gefallenen Gründen auch nicht irgendwie eligible für BAföG. Also es hieß dann auch so, okay, BAföG kriegst du auch nicht. Und dann, weiß ich noch, ich bin dann so nach Bielefeld gezogen und dann in so eine Wohnung. Und dann ist man ja auch so ein bisschen so vor den Kopf gestoßen auf, wie Miete zahlen. Und auch so wie alles, was zu Hause so umsonst war, das kostet jetzt Geld. Wer wäscht meine Wäsche? Ja, was soll das denn jetzt? Und dann habe ich drei Jobs gearbeitet. Ich habe in einem Skateshop in Bielefeld gearbeitet, ich habe in einem Plattenladen in Bielefeld gearbeitet und ich habe in einer Großraumdiskothek in Bielefeld gearbeitet. Immer so, dass es trotzdem immer so auf Null zum Ende gereicht hat, immer so durch WGs. Habe dann auch viele Konzerte gespielt, die auch niemanden interessiert haben. Also immer so vor fünf Leuten, sechs Leuten, zehn Leuten jahrelang aus Bielefeld nach Karlsruhe gefahren, um vor sechs Zahlen hin zu spielen und so. Und deswegen war es dann auch, glaube ich, ganz gut, dass dann so der große Knall, wenn man das so nennen will, oder das große, ich nenne es immer so das große Glück, weil ich nicht glaube, dass man sich das alles zwingend erarbeitet, sondern ich glaube, dass viel davon Glück, Glück, Wohlwollen ist und sehe das auch immer so ganz demütig. Und deswegen ist es dann ganz oft auch gewesen, als ich so schon in den großen Arenen war und dann kamen dann manchmal auch so vom Catering Leute, es tut uns so leid, es ist das und das und das vom Ryder ist heute nicht da und so ganz entschuldig. Leute, wir sind schon schlimmere Sachen im Leben passiert und ich bin eigentlich froh, dass es den Weg genommen hat, weil ich glaube, wenn ich so von Null auf 100 mit 20 wäre ich glaube ich so, ich meine, du kennst ja auch so den ganzen Freundeskreis im Frühjahr, das war ja so ein bisschen wild auch alles. Ich glaube, wenn ich mit 19, 20 von Null auf 100, wenn das geklappt hätte, ich glaube, dann wäre ich ein ganz schrecklicher Mensch geworden, ehrlich gesagt. Gehoben vielleicht. Ja, dann hätte ich, glaube ich, Leute, mich selbst und auch andere sehr fußmattig behandelt. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen der schmale Grat. Ich kann mir vorstellen, was das für ein Gefühl war, wenn du auf einmal auf so einer Bühne stehst und da sind halt irgendwie, keine Ahnung, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, also mega viele Menschen. Oder ich dieses Gefühl hatte, als ich dann das erste Mal die Tagesthemen gemacht habe. Ach so, dein Publikum ist ja. So, und man weiß halt, da gucken jetzt irgendwie 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen oder jetzt bei RTL hatten wir neulich irgendwie eine Quote von knapp 5 Millionen. Und denkst du, puh. Irre. Und mich erdet aber immer dieses Totale, weil man sich, glaube ich, anders definiert. Also, und ich war ja auch schon, ich bin ja auch so reingewachsen. Ich habe zwar früh angefangen, ich habe dann mit 19 beim Radio angefangen und bin dann so, ne, irgendwie Radiomoderatorin und Praktikantin und Volontärin. Radiolippe. Radiolippe. Ich war bei Radiolippe. Grüße geht raus. Ein Gruß an Radiolippe, natürlich. Radiolippe. Das war eine super Zeit, ja. Die mich übrigens nicht spielen. Echt nicht? Radiolippe, hallo. Nee, Schweinerei. Also, gerade das neue Lied, das kann man noch gut machen. So. Ja, ich rufe da direkt an, ja. Ich lasse meine Kontakte spielen. Sorry, also Radiolippe? Ja, bei Radiolippe und dann quasi da so reingewachsen bin, ne. Dann kam irgendwie Fernsehen dazu, dann kam öffentlich-rechtlich und dann kam irgendwie die Sendung und die Sendung. Und bei dir war ja wirklich dieser Moment von Klick, Bäm. Ja, und das stelle ich mir schon heftig vor. Und ich glaube aber wirklich, dass wenn man so aufgewachsen ist und nix selbstverständlich war, irgendwie man so ein bisschen gucken musste, wie zahle ich meine Rechnung nächste Woche? Und auch einen Freundeskreis hat, der so ein bisschen so tickt, dass man dadurch irgendwie so was Geerdetes hat. Ich bin Nachrichtensprecherin. Guten Tag. Was Geerdetes. Wie war das, als du das erste Mal die Nachrichten gesprochen hast? Also, interessanterweise war ich nicht so aufgeregt, wie ich es gedacht hätte. Nicht? Nicht so aufgeregt. Nee, es war, ich habe mich einfach gefreut. Es war so eine ganz große Freude in mir und ich weiß noch, dass ich morgens ins Büro kam und dann hatte ich da so einen Blumenstrauß stehen und so einen frisch gepressten O-Saft, total nett empfangen wurde, ja. Und war auch ein wilder Tag. Damals fing irgendwie die Ukraine-Krise an. Also, es war gleich irgendwie Steinmeier-Interview. Der war damals Außenminister. Also, es ging wirklich gleich fett los, ja. Und ich kannte aber zumindest ja diese Themen, weil ich die Phönix-Runde gemacht hatte. Also, ich hatte so dieses Interviewen und so, da war ich safe drin. Und ich habe wirklich in dem Moment, als der Opener losging und dann so guten Abend sagte, da war so... Und fünf Sekunden später ging das echt so, das macht Spaß. Ey, das ist mein Job. So, und das habe ich schon ganz oft gemacht. Ich habe tausend Live-Sendungen gemacht und das ist jetzt eine andere. Und dann war das vorbei, interessanterweise. Aber ein schönes Gefühl. Also, es war so ein... Und ich glaube, das lag daran, dass ich wusste, ich kann mich irgendwie auf mich verlassen. Ich habe das schon ganz oft gemacht. Ich habe schon ganz viel wilde Sendungen moderiert und das ist jetzt so... Das kann ich eigentlich. Das ist Handwerk. Irgendwie so Handwerk. So ein Handwerksgefühl hatte ich. Und das ist immer auf diesem Papier ausgedruckt, ne? Ja, aber wir haben einen Teleprompter. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil es wird immer so sehr bedeutungsschwanger. Immer so ein Papier. So getan, ne? Das wäre... Jetzt entlarven wir nämlich. Genau. Das ist hier... Deswegen bin ich hier. Why-Kollektiv? Why, genau. Er entlarvt. Pina Attala ist doch gar keine Nachrichtensprecherin. Aber es gibt natürlich eine Teleprompter und das Papier ist das Backup quasi. Das ist das Backup. Also im Prinzip hast du... Aber was mir wichtig ist, ich schreibe alles selbst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel RTL direkt moderiere, das ist ja quasi das Pendant zu TT, zu den Tagesthemen, dass ich da wirklich alles schreibe, meine Interviews vorbereite und dann drucke ich mir das aus und es ist aber auch ein Teleprompter. Und man sieht das manchmal, dass die Augen so ganz leicht mitlesen. Also wenn man so ganz nah drauf guckt, ich habe das ganz gut raus, dass man es nicht sieht. Ich brauche den Prompter eigentlich auch nur als Stütze, weil ich habe es ja geschrieben, ich weiß ja, was ich geschrieben habe, aber ich fummel manchmal echt eine Stunde an einem Satz rum. Dann mache ich da nochmal was anders und hier was anders. Ich will halt diesen Text. Also ich will nicht wie jetzt einfach drauf losreden. Und ich finde gerade bei Nachrichten, jedes Wort hat Gewicht. Also wenn ich über einen Krieg berichte, wenn ich über... Zum Beispiel jetzt gestern ganz schrecklich wieder, katholischer Missbrauchsskandal. Da muss jede Zahl stimmen. Das bin ich den Opfern dann schuldig. Ich kann nicht einfach irgendwas sagen. Und deswegen ist dieser Prompter echt wichtig, weil da stehen meine Facts drin. Und der Zettel ist halt Backup. Also der Prompter ist mir schon oft abgeschmiert. Und da merkt man, wenn dann so Nachrichtenmoderatoren nervös nach unten gucken und den richtigen Zettel suchen. Aber es macht immer wieder Spaß. Also was schon ein heftiger Moment war, war das Kanzlerin-Triell. Weil da wusste ich, ey, wir sind jetzt hier zwei Stunden ohne einen einzigen Film. Alle gucken, sie ist jetzt gerade gewechselt von da nach da. Alle gucken sich diese Sendung an. Und es waren ja Millionen, irgendwie über fünf Millionen, die geguckt haben. Und dann auch online. Und da habe ich aber auch dieses Gefühl. Da rast mein Herz drei Sekunden und dann denke ich, ich bin gut vorbereitet. Das ist meine Arbeit. Ich mache das jetzt hier. Und das hast du doch aber auf der Bühne bestimmt auch, oder? Dieses Gefühl, dass du erst voll Adrenalin hast. Und da bist du aber voll drin. Also ich habe dich ja schon gesehen ein paar Mal. Und du bist voll drin. Ich habe sehr großes Lampenfieber immer noch. Aber dann in dem ersten Moment und es geht dann weg, oder? Ganz schlimm. Also ganz kurz bevor die Show anfängt, vergesse ich auch so alle Texte. Da erwische ich mich, wie ich da stehe und bin so, wie fängt der und der Song nochmal an. Und dann kriege ich so eine ganz große Panik. Und dann raus und dann ist es irgendwie so eine Art Muskelgedächtnis. Ja, weil du dich auf dich verlassen kannst. Ich glaube, das ist es. Noch? Ich hoffe, hier ist Holz drunter. Wenn er 40 ist. Das ist echt Holzstuhl. Dann ist weg der Text, ja. Aber ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel so das Triell auch machst, dann bist du natürlich auch so einer viel größeren Bewertungs- und Kommentarskala ausgesetzt. Also von, dann wird ja wahrscheinlich von jedem der KandidatInnen gibt es dann so, wie ich nenne es einfach mal so, eine Fanszene. Und wenn die jetzt zum Beispiel das Gefühl haben, dass du eine der KandidatInnen mehr oder öfter abgebrochen hast oder besser oder schlechter behandelt hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie was Facebook und Twitter dann mit einem macht. So, ne? Bist du dann so, das lese ich gar nicht. Man kommt nicht drum rum, man liest schon. Ich versuche das nur in dem Moment auszublenden. Also ich versuche nicht daran zu denken, was schief laufen kann sozusagen. Weil ich glaube, wenn ich das machen würde, dann würde es mich nervös machen. Und natürlich gerade dieses Kanzlerin-Triell hat so viel Potenzial, dass du es echt verkacken kannst. Also, dass du zum Beispiel eben nicht alle gleichermaßen zu Wort kommen lässt, dass du irgendeinen Fakt nicht weißt. Parteisch wirkst. Dass du parteisch wirkst oder auch einfach irgendwas nicht weißt, eine falsche Frage stellst. Oder ein Scholz sagt was und ich merke nicht, dass das nicht stimmt oder so. Also, du musst ja auf ganz vielen Ebenen mithören. Ich muss gucken, wenn er was sagt, wie guckt sie dann und ist sie jetzt sauer? Und dann habe ich ja mit Peter Klöppel das erste Mal zusammen moderiert. Wir kannten uns kaum. Auch noch. Ja, auch noch einzustellen auf eine zweite Person. Und das war dann schon ein tolles Gefühl, als irgendwie der Abspann kam und es rucklich ging außen wie so. Und ja, das war ein besonderer Moment, klar. Und wenn ich dann ins Netz gucke, klar kommen dann auch teilweise Sachen, jetzt hat die das und das nicht gefragt. Aber es war eigentlich positiv. Ich muss sagen, 95 Prozent. Also ich kriege auch Hass ab, absolut. Gerade als Frau, Journalistin, irgendwie. Wir sind der verlängerte Arm der Regierung für manche, weil wir dann über Corona-Maßnahmen berichten. Ich habe mir die nicht ausgedacht. Ja, ich berichte darüber. Also ich kriege schon auch echt viel ab. Aber nach dem TRIEL ging das gut. Wann war das erste große Nachrichten-Sprechen? Also Tagesthemen-Premiere damals. Ich hatte ja die Phoenix-Runde, war eben noch ein bisschen mit weniger Leuten. Wann war das? Februar 2014. Ja. Und da bist du aber so schnell drin, weil wir haben ja sieben Tage Wochen. Auch jetzt moderiere ich ja am Stück weg. Also ich komme morgens in die Redaktion und arbeite bis nachts. Und ich glaube, wenn du permanent dieses Gefühl hättest, oh Gott, da gucken mich Millionen. Und jetzt interviewe ich den Kanzler, jetzt interviewe ich Klingbeil oder Christian Lindner oder wen auch immer. Dann würde ich, glaube ich, verrückt werden. Also ich kann da eigentlich nur mit so einer Routine, mit so einem Handwerk dran gehen. Das ist mein Job. Hier bin ich. Und wohl wissend, ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache Fehler. So, das gestehe ich dann auch ein. Aber ging das dann dann erst so richtig los, dass es auch in dem Nachrichtensprechertum diverser wurde? Oder war das schon? Ja, also da war ich die erste türkischstämmige. Das wäre meine Frage gewesen. Ja, die erste. In den Nachrichten bei Tagesschau haben wir dann eben doch schon Kolleginnen und Kollegen gehabt. Aber so bei den Tagesthemen war ich die erste. Und das war natürlich auch sofort Thema. Irgendwie erste Nachrichten-Moderatorin auch noch. Weil es ist ja der Unterschied zu Sprecherinnen. Dass Sprecherinnen nicht selber schreiben und ich eben alles selber schreibe. Und es war schon ein besonderer Moment. Ganz toll, ja. Und da habe ich mich aber auch so mit auseinandergesetzt. Also wie wichtig oder ist das jetzt wichtig, dass ich türkischstämmig bin? Weil ich dachte, ich bin ja deutsch, bin hier geboren. Dann wusste ich aber, dass ganz viele türkischstämmige, gerade junge Frauen sagen, ey krass, guck mal, ich kann sowas auch machen. Das traut mir niemand zu. Aber die macht das, dann kann ich das auch. Und das finde ich schön. Und dann aber auch so aus einer Arbeiterfamilie zu kommen. Meine Eltern haben beide irgendwie natürlich nicht studiert. Die sind ein paar Jahre zur Schule gegangen, sind da irgendwo in der Türkei groß geworden. Schneiderin, Tischler, also einfache Verhältnisse. Und da hat man sich ja doch so rausgearbeitet oder hochgearbeitet. Das war schon ein schöner Moment, als ich so dachte, ja, geht. Das ist ja ganz toll eigentlich. Das ist ja auch so, da ist ja auch die Visibilität ganz wichtig, dass ja auch junge Menschen merken, die vielleicht dann vor 2013 nicht das Gefühl hatten, dass das für die möglich ist. So in der Unterhaltung gibt es ja ein paar, die man kennt. Aber im Nachrichtenbereich sind es jetzt auch immer noch nicht so viele, obwohl es jetzt immer mehr geworden ist. Ich muss sagen, die letzten zwei, drei Jahre hat sich echt viel verändert. Aber ich sage mal so, die großen Positionen, das ist immer noch ausbaubedürftig. Ich meine, bei dir ist ja auch das Diverse, doppelt, doppelt divers. Auch so Arbeiterhaushalt, irgendwie USA und so. Hat das für dich eine Rolle gespielt? Oder ist das in der Musikszene, ist das anders? Ich werde ja, und das ist ja eigentlich total gemein, allen anderen, die bilingual oder mit einem anderen Hintergrund aufgewachsen sind gegenüber, werde ich ja nie so gelesen. Nee, genau. Weil es ist eben nicht türkisch, griechisch. Und ich sage nicht, dass es nicht, ich sage auf gar keinen Fall, es ist ja nicht gemein mir gegenüber. Aber es ist ja so, dass das schon selektiv mit umgegangen wird, ist eigentlich schon auch, dass es zeigt, dass wir zwar gerade einen sehr guten und einen sehr wichtigen Weg gehen, aber dass es halt immer noch so ein langer Weg noch ist, glaube ich. Ja, und da sprichst du was genau Richtiges an. Zum Beispiel, dass du fließend Englisch sprichst, ist total cool. Ist ja auch cool. Oder wenn jemand ganz toll Französisch spricht, dann, oh, der Vater kommt aus Frankreich. Wow, wo kommt der denn her? Aus Paris. Oh, da wollte ich auch schon immer mal hin. Also es hat ja immer eine Besetzung. Zu Recht, das ist was Schönes, dass ein Kind zwei Sprachen spricht und so. Und sobald du aber sagst, türkisch, ist das so, ah, türkisch. Genau. Und ich kenne ja auch viele, die tatsächlich noch nicht mal ihren Kindern das Türkisch weitergeben. Und das finde ich ganz traurig und sagt, doch, meine Tochter soll türkisch sprechen, weil ihre Großeltern sind Türken. Und ich bin auch türkischstämmig, ich kann auch türkisch so. Und deswegen finde ich dieses Bilinguale total wichtig und bin immer noch ganz erstaunt, wie überrascht manche sind. Weil für mich ist das völlig normal. Und da haben wir wirklich noch einen Weg vor uns, weil du hast sofort so ein Stigma. Du bist sofort in eine Schublade gesteckt. Und deswegen hat mich eigentlich auch fast manchmal ein bisschen gestört, als es dann bei den Tagesthemen damals losging. Jetzt beim Wechsel zu RTL war das dann nicht mehr zum Glück. So, wow, da ist jetzt eine türkischstämmige, so cool das ist. Und auf der anderen Seite dachte ich, aber ich bin ja nicht blöder geboren. Also warum soll ich das nicht können? Also warum ist das immer noch so besonders? Bei den USA ist es ja anders. Da ist es einfach normaler. Da ist es diverser. So, da hast du irgendwie Schwarze auf dem Sender, da hast du die natürlich Amerikaner sind. Da stellt ja keiner in Frage, wo kommt denn der jetzt eigentlich her? Und die Frage muss halt mal weg, wann, wo kommst du denn eigentlich her? Oder ist es in den USA, bilde ich mir das ein? Also ich habe schon das Gefühl, gerade in der Medienlandschaft ist das normaler. Es ist in der Medienlandschaft normaler. Aber dass das Land immer noch sehr gespalten ist durch vermeintlich nur eine arme Reichsschere. Aber wenn man genau hinguckt, dann gibt es schon so eine Art moderne Apartheid, die sich trotzdem durchsetzt dadurch, wie das Land strukturiert ist. Der Zugang zur Bildung und der Zugang zu Bildung hauptsächlich auch. Ja, und vor allem, wir haben es auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass vor allem eben auch die schwarze Bevölkerung oder Hispanics viel mehr darunter gelitten haben oder leiden. Auch was Todesfälle angeht beispielsweise, weil sie den Zugang zum Gesundheitssystem gar nicht so haben. Und damit befasse ich mich auch in dem Buch nochmal, gerade diese Bildungschance, also Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, was so super Begriffe sind. Und dann denke ich, auch in Deutschland ist das noch nicht so. In Deutschland ist eine kleine Eische in der Schule, hat ein Problem, wenn sie vielleicht ein bisschen schlechter Deutsch spricht, aber eigentlich fast 100 pro. Ja, aber in anderen Sachen gut ist, wird die viel schneller aussortiert als Susanne, die vielleicht auch Schwächen hat. Also es wird wirklich noch sehr in Kategorien gedacht. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel, wenn ich auch darüber rede, weil ich habe da lange gar nicht so drüber geredet, weil das für mich nie so eine Riesenrolle gespielt hat. Ich bin ja geboren und mache mein Ding, dass ich mir wirklich wünsche, dass diese Kategorisierung aufhört. Die Benachteiligung, die gibt es noch. Weil ich weiß noch, als ich in der Grundschule war, hatte ich okaye Noten, nicht anders als meine Mitschülerin. Und dann war so, nee, lieber nicht aufs Gymnasium. Wirklich? Lieber nicht, weil nachher kommt die da nicht mit. In diesen Beratungsempfehlungsgesprächen. Genau, das steht auch in meinem Zeugnis, ich habe das neulich gefunden, da steht dann drin eher Haupt- oder Realschule. Und meine Mutter hat sich Gott sei Dank durchgesetzt und hat gesagt, ja, aber sie hat doch die gleichen Noten wie ihre Freundin. Das ist ja nicht schlechter oder besser, sie spricht fließend Deutsch. Warum? Ja, da sind auch gar keine anderen türkischstämmigen Kinder auf dem Gymnasium und so. Meine Mama hat gesagt, nein, die geht da jetzt hin. Und ich war die Einzige, ich war die Einzige türkischstämmige. Und du denkst, das kann doch nicht sein. In so einem Riesengymnasium oder auf so einem Riesengymnasium. Und da merkst du, es wird halt, das war gar nicht rassistisch oder so, das kann ich nicht sagen. Das war so die damalige Denke, ach, das arme Kind, Arbeiterhaushalt türkischstämmig, die schafft das nicht. Aber deine Mutter ist dann für die Zeit sehr kraftvoll, sehr progressiv, sehr modern. Ja, und da bin ich ihr ewig dankbar. Mami, sage ich auch immer ewig dankbar, weil die echt gesagt hat, wir machen das. Und das hast du jetzt aber auch noch ganz oft. Das ist schon traurig. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch einen weiten Weg zu gehen in vielen Sachen. In vielen Sachen der Akzeptanz und der Inklusion auch so. Und da gibt es auch viele Diskussionen noch, die geführt werden müssen. Und wahrscheinlich auch so viel Wachstumsschmerz, der damit auch noch so einhergehen wird. Aber ich denke immer in dem ganzen Frust, den man hat und den man auch oft zurecht hat, muss man vielleicht aber auch einfach manchmal kurz anhalten und zurückgucken und den Weg bewundern, den man schon gegangen ist. Wohlwissend, dass es noch einen weiten Weg zu gehen gibt. Ich finde, das sollte man auch öfter in die Diskussion einbinden. Weil ich denke, es ist oft so, das passiert mir auch, dass ich manchmal einfach nicht den richtigen Begriff verwende. Oder dass ich irgendwie merke, dass ich so immer noch viel dazulernen muss. Und dass ich auch viel aus meiner Vergangenheit reflektieren muss. Aber dass ich auch daran wachsen kann. Und dass man nicht ich, sondern generell viel immer dran gemessen wird. Was hat diese Person dann und dann gesagt? Was hat die Person dann und dann gemacht? Und dann wird aber der Maßstab von jetzt dran angesetzt. Und manchmal denke ich auch so, wir würden uns alle, inklusive mir, guttunst sagen, wir sind einen weiten Weg gegangen. Wenn man sich Mainstreaming-Humor von 1995 oder vielleicht sogar auch 2005 anguckt, da schlägt man heute beide Hände über den Kopf zu sein und sagt so, das geht ja gar nicht. Und darüber haben wir ja auch gelacht. Genau, das ist der Weg. Und dann muss man aber auch sagen, das ist doch toll, dass wir da nicht mehr sind. Ja, also das finde ich einen sehr schönen Aspekt, weil ich auch glaube, dass du dich erstmal nicht vergleichen kannst mit deinem Ich, das 20 Jahre früher existierte. Ja, man entwickelt sich ja und dafür sind wir Menschen. Und man sagt ja deswegen auch die Weisheit des Alters. Das wird ja nun wirklich... Sieht man in den grauen Haaren. Also 40 werden ist total cool. Ja, hab keine Angst davor. Weil mit jedem Jahr lernt man ja irgendwas dazu. Oder manchmal verlernt man auch was im besten Sinne. Diesen Weg finde ich eben auch im Sprachgebrauch, weil ich mich natürlich auch durch meinen Job, ich bin ja quasi Spracharbeiterin, total damit auseinandersetze. Und trotzdem, genau, erwische ich mich auch manchmal dabei. Was halt wichtig ist, dass man sich reflektiert. Dass man merkt in dem Moment, passt das jetzt, passt das nicht. Ich bin aber auch dagegen, dass es hochschäumt. Und das machen natürlich viel auch soziale Medien. Du sagst was und Explosion. Da würde ich mir auch wünschen, dass man auf einem anderen Niveau diskutiert. Aber ich finde auch, wir sind ja doch als Gesellschaft lernfähig. Was ich schon interessant finde, ist die Gendernummer. Merke ich ja, du sagst ja dann LehrerInnen. Das ist, glaube ich, in einer bestimmten Bubble völlig normal und ist auch in einem bestimmten Alter normal. Aber wenn ich das zum Beispiel im Fernsehen mache, ist die Hölle los. Es ist die Hölle los. Es ist die Hölle los. Ich weiß noch, dass ich bei den Tagesthemen das mal gemacht habe, bewusst. Solche Mails. Wie können sie die Sprache verschandeln? Wie können sie mir vorschreiben, wie ich spreche? Und das habe ich doch gar nicht gemacht. Ich habe mich jetzt entschieden, weil ich es auch schwer zu sprechen finde auf dem Sender, dass ich halt dann LehrerInnen und Lehrer sage. Oder zum Beispiel sage Pfleger und Ärztin. Also versuche das irgendwie auszugleichen. Aber das zum Beispiel ist eine Debatte, die echt so hitzig geführt wird. Die aber auch meiner Meinung nach ein bisschen zu stur geführt wird. Von welcher Seite? Von denen, die es wollen? Nee, von denen, die das um Gottes Willen nicht wollen. Ich habe das mal in einem, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Running Gag. Das kennt ja auch jeder, der aufs Land nach Hause fährt. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie einen Familienmitglied, was so ein bisschen stammtischiger redet. Onkel Kurt. Und ich habe das dann einfach so, ich lasse mir nicht sagen, wie jetzt geredet wird. Und es war doch jetzt so lange so gut. Und ich habe das dann einfach erklärt wie, naja, du musst dir halt vorstellen, dass es Menschen gibt und Gruppen von Menschen, die jahrzehntelang gelitten haben. Und die sich ganz lange nirgends zugehörig oder einen Teil von gefunden haben. Und wenn es da den Wunsch gibt und irgendwie, sag ich mal, die Abmachung drüber gibt, dass ich einfach diese Silben, diese zwei Silben überall dran hänge. Und das hilft aber dann, aber Tausenden und Millionen von Menschen sich wohler und inkludierter zu fühlen. Und das kostet mich literally eine Viertelsekunde meiner Zeit, dass sich ganz viele andere Menschen besser und wohler mit sich selbst und in der Welt fühlen. Und das hat dann resoniert. Das war dann so, ach so, ich dachte mir, sollen nur von oben gesagt werden, wie ich zu reden habe. Und dann war ich so, nee, das stimmt nicht. Und vielleicht wurde da auch, ich habe auch oft drüber nachgedacht, dass wenn es so Änderungen in der Sprache gibt oder wenn es so Änderungen im alltäglichen Leben gibt, nehmen wir mal das als Beispiel. Ich glaube, wenn es einfach innerhalb einer großen Nachrichtensendung einen kurzen Einspieler gegeben hätte auf, warum das eine tolle Idee ist, dann würde das auch von vielen Menschen, die es jetzt sturer sehen, wohlwollender angenommen werden. Also mehr an die Hand genommen werden und lass uns das doch zusammen machen versus jetzt wollen die aus Berlin mir erzählen, wie ich zu reden habe. Und da muss ich sagen, auch aus einem, der Ostwestfale gilt ja als sturköpfig. Vor allem der Lipper, geizig und stur. Der Lipper gilt ja als sehr starrsinnig so. Da kann ich die andere Seite der Medaille verstehen. Ich habe aber für mich einfach, ich versuche es jedes Mal zu sagen, aber manchmal rutscht es mir auch raus, dass ich das nicht sage. Aber es ist der Wille auf jeden Fall dazu da. Also ich weiß, was du meinst, diesen Erkläraspekt. Das kriege ich als Journalistin ganz viel zu hören, dass wir mehr erklären und mehr beschreiben müssen. Gebe ich auch dir völlig recht, müssen wir auch machen. Ich weiß nur, dass wir auch oft darüber berichtet haben. Aber schon wenn du darüber relativ objektiv, ich kann ja nie hundertprojektiv sein, ich bin ja auch ein Subjekt, das irgendwie Erfahrungswerte mitbringt, aber relativ objektiv darüber berichte, auch dann schlägt es hoch. Weil das einfach offensichtlich ein Thema ist, was viele triggert. Und ich kann das total verstehen. Und ich bin auch überhaupt niemand, der sagt, du musst jetzt das und das machen und wir müssen jetzt das und das. Versuche dann auch zu erklären, ich will einfach alle mitnehmen und alle mitmeinen. Weil ich als Nachrichtenmoderatorin, als Journalistin, die vor einem Millionenpublikum ist, das Publikum ist divers. Da sitzen Junge, da sitzen Alte, da sitzen Leute, die studiert haben, die nicht studiert haben. Es ist halt quasi ein Spiegel der Gesellschaft. Und versuche dann auch zu erklären, ich will alle mitnehmen, ich will niemanden ausschließen. Ich will aber auch niemanden angreifen. Oder ich will ja auch dann nicht in dem Moment die oder den ausschließen, der nicht gendern will. Muss er im Privaten nicht oder muss sie nicht, wenn man es nicht will. Aber es ist manchmal im Fernsehen, weil wir so wenig Zeit haben, so schwierig sowas zu erklären. Und deswegen bin ich oft froh, dass wir jetzt auch bei RTL zum Beispiel sagen, wir machen das dann auf den Social-Kanälen. Wir spielen es dann über unseren Kanal, sagen einmal kurz Erklärungen, warum haben wir den Gast eingeladen, wer ist das eigentlich oder warum machen wir dies. Weil ich glaube auch in so einer komplexen Welt, in der wir leben, ist immer mehr Erklärungen. Du brauchst einfach irgendwie ein Gerüst. Und das können wir liefern. Und ich hoffe auch immer mehr für junge Leute. Es ist ja immer so ein Thema beim Fernsehen, wie viele junge Leute erreicht man. Beim Wahltriell RTL haben wir echt viele junge Leute erreicht. Und ich finde es deswegen auch spannend, wenn ich nochmal so deine Lead-Texte, das ist ja auch oft sehr politisch. Also es sind ja politische Sachen, also nicht oft, aber es sind politische Ansagen mit drin. Und da frage ich mich, wie ist denn überhaupt bei euch, wie werden Nachrichten wahrgenommen, wie sehr interessieren sich die jungen Leute, die deine Musik hören für Politik? Hast du da ein Gefühl? Ich habe schon das Gefühl, dass dadurch, dass, also wir sind ja generell schon auch eine Gesellschaft, die sich in einem großen Wandel und in einem großen Umbruch befindet. Wir sind jetzt nicht in den 60ern mit Molotows und Sit-ins und Besetzungen. Wir sind auch nicht in den 80ern mit einem kalten Krieg. Aber wir sind auch in einer anderen Art von Umbruch, finde ich. In einem sozialgesellschaftlichen Umbruch. Wo sich auch vielleicht viele voneinander spalten und das auch in einer Diskussionslautstärke von elf voneinander abspalten sind. Und ich habe schon das Gefühl, das finde ich eigentlich ganz toll, weil ich oder wir ja auch, unsere Jugend war plus minus relativ unpolitisch. Also ich hatte, es gab schon so, ich weiß noch, es gab noch so Atom-Fakt-Chirac und so, war ja so die großen Themen. Aber jetzt, aber dass so eine Jugend und die auch im frühen Alter schon beginnt, dass die sich so weitreichend Gedanken machen, Fridays for Future, über ihre Welt in 20 Jahren. Das finde ich, muss ich sagen, das finde ich ganz toll und beeindruckend auch. Weil ich mit 16, ich wollte Bon rauchen, Playstation spielen. Die Jungs. Aber weil da habe ich zum Beispiel anders getickt. Wir haben ja, das habe ich ja vorhin kurz gesagt, wir haben zum Beispiel ja so immer so Demos an der Schule. Wir wurden ja auch fast vor der Schule geschmissen, weil wir so eine Riesendemo gemacht haben gegen Castortransporte. Warst du dabei? Da war ich dabei. Und wir haben doch irgendwie diese ganze Kreuzung langgelegt. Eine Kreuzung gesetzt, natürlich. Also muss man mal erklären, ja, Bahnhof, eine kleine Stadt. Wie viele Leute wohnen da denn? Es ist so gerade Stadtniveau 7.000, 8.000, ich weiß es nicht. War ich jetzt schon fast 12, 13? Ja, kann auch sein. Das weiß ich nicht so genau, habe ich nicht recherchiert. Aber da war auf jeden Fall so eine ganz wichtige Kreuzung, so Hauptverkehrsader in Lippe. Und dann haben ein paar Leute, ich sage immer noch nicht, wer es war. Ich war halt dabei, das organisiert, dass wir irgendwie diese Castortransporte da nicht wollten. Und da weiß ich ja, dass diese ganze Schule und die Hauptschule nebenan da hochgelatscht ist. Und ich dachte teilweise so, Gott, jetzt sind hier so 8, 9, 10-Jährige, die irgendwie mit uns da hochlaufen. Und dann musste ich dann durch den Lautsprecher der Polizei, dann kam ja die Polizei und so Hubschrauber und so. Liebe Leute, wir haben unseren Protest kundgetan. Jetzt gehen wir friedlich wieder zurück zur Schule. Dann sind wir alle wieder zurück. Also sowas hat man ja schon gemacht. Ich kann mich erinnern, auch Kuwait-Krieg damals haben wir demonstriert. Also ich war schon immer so in diesem Politischen drin. Aber ich gebe dir recht, dass das andere Zeiten in dem Sinne waren, weil man sich auch nicht so vernetzen konnte. Und das ist ja das Tolle an Fridays for Future. Da ist also ein Mädchen, das irgendwie in Schweden da sitzt und irgendwie Schulstreik macht. Und es verbreitet sich und die ganze Welt geht auf die Straße. Also da sind ja auch gerade soziale Medien wieder total gut. Ja, es gibt auch eine große Awareness, finde ich, von Frühjugendlichen. Ich glaube so die Art, wie zu der Zeit, wo ich 16, 17 war, wie man miteinander geredet hat und wie man sich immer, was man sich genannt hat, wofür man sich natürlich irgendwie neckisch, aber wenn ich so drüber nachdenke, das waren alles auch Begriffe, die waren immer so einen drüber, habe ich das Gefühl, dass so heutzutage so 14-Jährige sagen würden, so sagt man nicht, das geht nicht. Das ist total daneben. Empfindsamer. Genau, aber nicht empfindsamer wie zu sanft, sondern empfindsamer wie empathischer. Und ich würde mir für mich im Nachhinein wünschen, dass ich mit allem zwischen 13 und 28 empathischer gewesen wäre. Ja, aber das ist, glaube ich, der Fluch der Jugend. Also ich vermute, dass wenn du jetzt jemanden, der jetzt 14 ist, wenn du den in 14 Jahren oder in 20 Jahren fragst, wird der, glaube ich, auch sagen, hätte ich mal. Also vielleicht kannst du da so ein bisschen verzeihen, damit dir umgehen oder wie auch immer. Also ich weiß, was du meinst. Man hatte einen Sprachgebrauch, der einfach heftiger war. Manchmal müssen Leute bei mir lachen, wenn ich da irgendwie so alter und krass und was weiß ich. Sag ich, ja, ist so. Ich meine, das sind ja noch die netten, normalen Begriffe, ja. Aber natürlich hat man das genutzt. Das ist ja, wie gesagt, normal, das zu nutzen, weil ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das ist so. Ich finde es halt immer wichtig, dass einem das bewusst ist, dass man das reflektiert, dass man weiß, das war scheiße. Und dass man sich aber auch nicht zu sehr sozusagen dafür schältet, weil du warst jung, das war normal. Und es ist ja wichtig, dass man sich entwickelt. Aber ich glaube auch, dass die Jugend jetzt anders ist, aber auch die haben ihre Themen. Die haben jetzt ihre Themen, was läuft im Netz, wie wird gemobbt im Netz. Das hatten wir nicht. Also wir hatten eine Jugend, die sehr geschützt, sage ich mal, in dem Rahmen war, Freundeskreis, telefonieren, mal eine Nachricht schreiben. Und das ist deren Thema, glaube ich. Und da wird sich auch der andere andere. Mobbing wahrscheinlich ein ganz, ganz großes Thema, ja. Da wird sich in 20 Jahren jemand umgucken und sagen, oh Gott, ich habe dem über, was weiß ich, was für einen Kanal, was geschrieben, was echt fies war. Ja, ich habe im Freundeskreis auch eine Lehrerin, die dann halt meinte so, naja, Mobbing schon immer schlimm. Schon immer nicht okay, aber es gab früher in Anführungsstrichen, ohne das verharmlosen zu wollen. Naja, es war dann irgendwie um 13 Uhr alles vorbei. Genau. Und das verlagert sich dann einfach nach 13 Uhr, nach Schulschluss, dann einfach noch in DMs, Direktnachrichten, WhatsApp-Gruppen, alle auf eine Person. Dass sich das dann, das hört einfach nie auf. Genau. Und ich glaube aber auch, dass das generell sich noch einpendeln muss, wie wir überhaupt mit sozialen Medien als Gesellschaft weiterverfahren wollen. Wie wir uns da schützen wollen. Was wir da überhaupt alles preisgeben wollen. Wenn man jetzt einfach so zurückspult auf Facebook, natürlich würde ich heutzutage nicht direkt irgendwo all meine Daten hinterlassen. Man ist ja jetzt so, wenn man das jetzt wem erzählt, der 17 ist, der lacht sich ja kaputt. Wie, du hast dich dann in so einem Portal angemeldet und dann gab es das, das. Ja, irgendwie keine, ja, ne. Und das ist ja nur so ein erster Schritt. Und ich glaube auch, dass diese Diskurse, es wird ja auch immer viel drüber geredet, so, ja, und sozialen Medien machen alles schlimmer und was die Leute sich alle sagen. Das stimmt. Da bin ich auch 100 Prozent dabei. Aber ich frage mich, ob das nicht schon immer so war. Nur, dass man es jetzt halt sieht. Ich glaube, so die Sturheit und den Starrsinn und den Radikalismus und die Vehemenz, so. Ich glaube, das hat es schon immer gegeben, dass man kann es jetzt nur halt einsortieren unter einem Hashtag. Total. 28.000 Leute sehen das so und der Hashtag ist vielleicht was ganz Schlimmes, Rassistisches, Ableistisches, Sexistisches und dann ist es so, ah, okay, krass. Aber ich glaube, das war dann auf dem flachen Land auch so. Und ich glaube, das war schon immer so, nur dass es die Vernetzung nicht gab und die Visibilität so. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich nach einer Sendung irgendwie nach Hause komme und dann mache ich so Twitter und gucke halt was, ne, und dann schreibt irgendwer was, dann wird das geteilt und alle regen sich über irgendwas auf, das ich gesagt haben soll. Denke ich, okay, früher hätte diese eine Person einfach vor dem Fernseher gesessen und gesagt, das war aber scheiße und dann wäre es das gewesen. Stammtisch. Ja, oder noch, höchstens der Stammtisch. Mit diesem Attenbecher, mit so einem Schild. Schön an der Eckkneipe und das ist halt vorbei. Oder ich stelle mir so einen Verschwörungstheoretiker in Alaska vor, der sagt, also die Erde ist eine Scheibe, ja, und das ist definitiv so, weil ich weiß das. Und dann sagt er vielleicht, wenn er einen sitzen hat, irgendwie zu seinen drei Nachbarn, du, ich weiß das. Und jetzt schreibt er das ins Netz und macht irgendwelche Videos dazu und so und auf einmal gucken sich das tausende Leute an und denkst so, nein, die Erde ist rund, ja. Und das meinte ich, glaube ich, mit diesem jugendlichen Ding, dass wir unsere Themen haben, so in den 90ern groß geworden und daraus lernen. Aber wir hatten noch ein bisschen so einen Schutz von, man konnte sich in sich entwickeln, sage ich mal. Und die Challenge der Jugend jetzt ist echt, dass alles öffentlich ist, dass alles bewertet wird. Dass du mit einem 14-jährigen Mädel da irgendwie ein Insta-Video machst und zeigst, wie schön sie ist. Also das ist so Bewertung und Vergleich. Bewertung, Vergleich, das ist schon heftig. Das hatten wir nicht so, finde ich. Weil wir gerade kurz Stammtisch hatten. Ich habe neulich, als ich wieder in Bösingfeld war, darüber nachgedacht, dass es ja ein Jammer ist, dass es die gute alte Dorfkneipe nicht mehr gibt. Ja. Habe dann auch überall in den Orten rumgefragt. Es gibt die Dorfkneipe einfach nicht mehr. Echt? Das ist so, weiß ich auch nicht warum. Wir machen eine Dorfkneipe in Bösingfeld. Ich, so. Das, jetzt haben wir es. Eine Dorfkneipe, Wikipedia. Kesper ist jetzt bei Wikipedia, heißt das dann? Die müssen uns sowieso erstmal Wikipedia einstellen. Erstmal Wikipedia. Damit fängt es jetzt erstmal an. Dann EhrenbürgerInnen. Genau, ins goldene Buch. Bin ich schon. Ich bin im goldenen Buch. Ich noch nicht. Dann Schlüssel zur Stadt. Ja, das sowieso. Ich habe mal gehört, dass wenn man den Schlüssel zur Stadt kriegt, dann ist das einfach nur symbolisch dafür, dass man lebenslang einen umsonst Anspruch auf Wohnrecht in dem Ort hat. Umsonst da wohnen darf? Ey, wie gesagt. Aber ich will nicht in die alte Wohnung zurück, in der ich groß geworden bin. 65 Quadratmeter Sozialbau. Darf ich mir das dann aussuchen, wo ich hin kann? Na, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich haue ja hier einfach nur irgendeine Tröne raus. Also das habe ich noch nicht gehört. Also dass man ein lebenslanges umsonst Wohnrecht in der Stadt hat, da muss einem ja irgendwer Wohnraum zur Verfügung stellen. Das recherchiere ich mal. Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel die Schlüssel zur Stadt Bielefeld oder Lemko bekommen würden, könnten wir irgendwann, wenn unsere Karrieren, wir sind 55, wissen nicht wohin, ist ja alles Kohle verjubelt, falsch investiert, dann können wir so in Lemko an der Tür klopfen und dann sagen so, wir waren mal, wir sehen nicht mehr so aus, aber wir haben mal was gemacht. Wir haben echt, wir waren mal im Fernsehen und so. Das ist ja interessant, ja, das probieren wir. Aber die Eckkneipe, ja, das ist schade. Also in Bösingfeld gab es beim Reitverein, ich bin ja ganz lange geritten, beim Reitverein gab es nämlich so einen Raum, wie so eine Eckkneipe. Da haben dann immer vor allem Herren, ältere Herren gesessen. Dann konntest du in die Reithalle reingucken und dem am Reiten zugucken. Dann saßen sie da immer so mit einem Bier, ne? Da ist ja schon, da ist Schief am Pferd. Du Horst, hast schön gehört, die Elena, die, was weiß ich, die Else, die hat hier neun Mann. Also das war die Eckkneipe, die ich kenne vom Reitverein. Da war ich natürlich jung und habe nicht so richtig mitreden können und auch nicht mitgetrunken, aber... Ganz viele Kneipen in Bösingfeld. Aber wo gab es denn da Kneipen? Es gab unten am Bahnhof. Es gab Hotelstadt Hannover, es gab am Bahnhof. Das gibt es alles nicht mehr. Es gab noch gegenüber an der Kreuzung, gegenüber von der Tankstelle. Also Restaurants waren das ja fast so ein bisschen. Ja, aber da konnte man so eine herrliche Biertulpe mit so einem Papierchen unten dran konnte man noch so trinken. Und deswegen machen wir jetzt, wir machen nämlich einen schönen Dorfkrug. Wir machen das, ja. Wir machen einen Dorfkrug in Bösingfeld. Leider wird da nicht viel los sein wahrscheinlich, aber egal. Doch, doch, wir machen das ganz herrlich. Da muss man nur viele Fernseher und man muss es drinnen rauchen können. Und man muss drinnen rauchen können und deine Musik in Dauerschleife. Genau. Irgend so ein Rapper hat doch in Hamburg einen Burgerladen aufgemacht. Haftbefehl. War das Haftbefehl? Grüße gehen raus. Das Haftis. Da war ich mal. Im Haftis? Ja, da habe ich Burger gegessen. Echt? Aber ich habe nichts mit Haftbefehl gesehen. Ich, also, ich habe mir sagen lassen, es ein sagenhafter Burger ist tatsächlich. In der Schanze, oder? Ist das der in der Schanze? Oder im Karo-Viertel irgendwo? Nee, dann ist das nicht Haftbefehl. Es hat irgendein... Semi. Semi Deluxe. Sehr gut, Semi Deluxe. Okay, aber auch das Haftis. Alle Hannover und Umgebung checkt das Haftis aus. So Hamburg, Semi, natürlich auch auschecken. Das ist da irgendwie Karo-Viertel, muss das sein, oder wie es hieß. Das war auch lecker, aber da habe ich auch Semi nicht gesehen. Da war ich ja früher immer auf Konzerten, als ich jung war. Fünf Sterne Deluxe. Ja, wir auch. Meine große Exit-Strategie war ja immer, dass ich total Bock habe, einen Plattenladen aufzumachen. Weil ich mir dachte, das ist doch das Färbeste, was es gibt. Weil ich fand auch den Moment, im Plattenladen zu arbeiten, total toll. Ich stand immer da hinter meinem Tresen. Dann kamen Leute rein und es war ja ein sehr nischiger Plattenladen in Bielefeld. Per Koro Records, um mal Werbung zu machen. Und da gab es halt nur Metal, Hardcore, Punk, OI, Ska und Indie. Und da kamen immer nur Leute rein, die sich dafür interessiert haben. Da hat man ein herrliches Fachgespräch geführt. Durfte man drin auch rauchen. Aber rauchst du noch? Partyraucher, ja. Partyraucher, echt? Und dann dachte ich mir, das wird doch so mein Ding. Und dann ist es dann irgendwie mit dem Einzelhandel, ist das jetzt irgendwie leider nichts mehr. Ja, schwierig. Muss ich mir eine andere Exit-Strategie suchen und dann würde ich sagen, ist das unsere Kneipe? Das ist dann die Kneipe. Und da gibt es einmal im Monat so ein Konzert von dir. Und ich halte einen Vortrag zu irgendeinem Halbwissen, was ich habe. Irgendwas. Zum Beispiel Hippocampus, Hippocampus. Weißt du, was ein Hippocampus, Hippocampus ist? Nein. Ein kurzschneuziges Seepferdchen. Lieb. Ja, und das hatte ich als Nachricht vorgestern bei RTL direkt, weil das kurzschneuzige Seepferdchen galt als quasi nicht mehr existent seit 100 Jahren in Deutschland und wurde an der Nordseeküste Wangerooge gefunden. Guck, dann haben wir einen Abend deinen Vortrag, einen Abend Konzert. Dann machen wir noch einen Bingo-Abend, ganz wichtig. Ja, Bingo. Kneipenquiz, dann haben wir schon vier Tage die Woche. Ein Tag, Ruhetag. Fußball wird übertragen. Du Spießer, du Spießer. Es ist ein Ruhetag, genau. Klar. Mittwoch ab zwölf sowieso gar nichts. Fußball wird übertragen und Happy Hour. Aber nicht nur Armin, ja, Happy Hour. Wir haben die Woche voll. Happy Hour ab 15 Uhr, würde ich sagen. Ich war nämlich im Urlaub, da gab es Happy Hour zwischen 15 und 17 Uhr. Fies, oder? Top. Das machen wir. Ich finde, das ist ein Plan. Aber es ist total schön, dass wir mal wieder so viel reden konnten. Bist du sehr gefreut? Mich auch. Und jetzt musst du wieder Konzerte geben und dann will ich in der ersten Reihe stehen und schreien und mich wieder wie 16 fühlen. Okay? Und ich sehe dich jeden Abend? Ja. In seriös. In seriös. Ohne diese Stiefel. Die wollte ich gar nicht haben. Ich habe meine Turnschuhe vergessen. Riesen Outfit. Ich fand es ganz herrlich. Ich auch. Danke. Tschüss.